Ich möchte ganz kurz, weil wir haben den ersten Advent und es sind noch vier Wochen bis Weihnachten. Jeder hat von Ihnen einen einzigen kleinen Satz, was wünschen Sie sich zu Weihnachten, Herr Dependente? Ich mache das ja immer so, sobald der erste Advent beginnt, deswegen wünsche ich Ihnen, da freue ich mich ganz, ganz vehement dazu auf, vielen Spannungen, sagen Sie ganz oft Nein, widerstehen Sie allen Stress, wenn die Weihnachtszeit inzwischen so für uns alle bereit hält, besinnen Sie sich auf alles, was wir heute schon gehört haben, vielleicht auch nachher noch Ihren Gottesdienst hören werden, und sorgen Sie für sich. Das wünsche ich mir jetzt von Ihnen, allen, die Sie jetzt hier sitzen und wenn Sie mir eine Mail schreiben, wo Ihnen das gelungen ist, wo Sie vielleicht mal auch andere angestiftet haben, diese Zeit wirklich, und das mache ich jetzt ganz ernst, so eine Besinnung zu nutzen, dann würde ich mich freuen, weil wir richtig sind, das verspreche ich Ihnen. Und wir können es auch gerne im Dialog, vor allem von der Fester Kirche, dem Thema Armut, und ob es Sie nun funktionieren, ob es Ihnen geht, bin ich gern bereit, aber wieder zu kommen, und also denke ich, ich mache ja nur große Sprüche, also nutzen Sie die Zeit für sich und sagen Sie auch Nein. Prof. Korshi, what do you wish for Christmas, in one sentence, what is your wish for Christmas? What's Christmas present? Christmas? Christmas. Christmas. Ja, see, my wish is Christmas should be a green Christmas, that during Christmas much violence is taking place against the creation, creation against creation, much violence is taken against, we, God, give us peace, not only to human beings, but also to the whole creation, and God created each and every thing with an ink, intrinsic energy and purpose. We have to respect each and every creation in this world, and then only in peace will be here in this world. Für Weihnachten ist die Verheißung Frieden auf Erden, und Prof. Korshi setzt nochmal den Fokus Frieden auf Erden, das heißt nicht nur politisch, das heißt nicht nur sozial, sondern das heißt auch Frieden für unsere Schöpfung. Er wünscht sich zu Weihnachten, dass unsere Schöpfung durchatmen kann, dass wir auf sie achten, dass wir uns darum kümmern, sie nicht selbst kaputt zu machen, sondern sie schonen und leben, so wie sie es verdient. Dankeschön. Herr Stoll, was ist Ihr Weihnachtsfest? Weihnachten, Leute, die Adventszeit hat auch etwas für mich mit Weisheit und Klugheit zu tun. Am Ende des Weihnachtsfestes haben wir gesagt, die Weisheit aus dem Morgenland. Ich würde mir wünschen, dass in diesen Tagen und Wochen bei den vielfältigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht nur hier in Karlsruhe, sondern auch weltweit und bei den Krisen und Konflikten, dass da viel Weisheit und Klugheit im Spiel ist, und nicht nur Machtstreben und Hass und Gewalt. Dankeschön. Und Frau Ditzinger, was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Mein Platz auf diesem niederen Stuhl, finde ich, passt hervorragend zu Weihnachten. Wir schauen die Krippe in den Stall, ein festes Friedens, und das wünsche ich, dass von diesen Tagen, von diesem Kind in der Krippe aus, dass das Helle, wie wir vorher gesungen haben, die Gründlichkeit scheint, und dass Menschen in allen Kulturen und anderen Religionen etwas von dieser Friedensbotschaft hören und wir das miteinander erleben können. Vielen Dank. Ich darf Sie jetzt erlösen, wie es in der Bibel manchmal steht. Steh auf und nimm deinen Stuhl oder nimm dein Bett und geh. Ganz herzlichen Dank, dass Sie so offen mit uns ins Gespräch gekommen sind. Und ja, vielen Dank für diese Einblicke in Ihrer Arbeit und in Ihrer Denken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.